In diesem Film erfahren Sie, wie Sie die Platzhalter für Empfängeradresse und Anredezeile an die gewünschte Stelle im Dokument einfügen. So geht's. Der kürzeste, aber leider auch unsicherste Weg führt über den Adressblock. Rechts sehen Sie die Vorschau. Wenn der Adressblock nicht Ihren Vorstellungen entspricht, müssen Sie nachbessern. Weil das erfahrungsgemäß oft der Fall ist, raten wir Ihnen von vornherein dazu, die gewünschten Seriendruckfelder einzeln einzufügen. Mit einem Klick auf Weitere Elemente öffnen Sie das Dialogfenster mit den Seriendruckfeldern, die sich Word direkt aus den Spaltenüberschriften der Datenquelle holt. Per Doppelklick fügen Sie die gewünschten Seriendruckfelder der Reihe nach ein. Leider müssen Sie erst diesen unschönen Bandwurm produzieren, bevor Sie die Felder dort positionieren können, wo sie hingehören. Nachdem Sie alle Platzhalter eingefügt und angeordnet haben, schreiben Sie den Brieftext. Was sich hinter den Platzhaltern verbirgt, erfahren Sie nach einem Klick auf Weiter bzw. im nächsten Lernfilm. Was sich hinter den Platzhalter eingefügt und angeordnet haben,